Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch mal meinen Current Household zeigen, denn ich habe einen recht großen Stammbaum mittlerweile und ich finde, es ist jetzt gerade ziemlich sehenswert, was hier gerade so passiert. Zuerst möchte ich euch die Charaktere aus dem Current Household hier vorstellen, denn zum einen haben wir hier unseren lieben Sam, der der Leiter der dritten Generation ist. Das müsste die dritte Generation sein. Ja, ich habe noch einmal nachgeguckt. Es ist die dritte Generation und ja, er ist ein sehr süßer Dad. Er hat drei Kinder und einen Adoptivsohn und ja, er ist ein sehr, sehr lieber Mensch. Oder Sim in dem Fall. Sherry ist die aktuelle Mama und ja, die haben sich in der Highschool kennengelernt und haben schon sehr viel durchgemacht, denn kurze Trigger Warning, sie wurde wahrscheinlich, also es ist die Storyline, dass sie vergewaltigt wurde. Sie kennt ihren, also den Vater ihres Sohnes kennt sie nicht. Sie hat einfach nur diesen Sohn zur Welt gebracht und hat mit dem eine sehr innige Beziehung und ja, der Sohn kennt den Vater auch nicht. Ich weiß, es ist eine sehr, sehr dramatische Story und so, aber ich spiele gerne so und vor allem gibt mir das Spiel ja insofern Vorlagen, weil in ihren Kontakten war dieser Mann halt wirklich nicht, der sie geschwängert hat. Sie war einfach schwanger. So direkt habe ich das nicht angesprochen auf meinem Twitter-Account, wo ich immer über meine Familie rede, weil ich jetzt nicht direkt jemanden triggern wollte. Allerdings wollte ich das hier ansprechen, denn in meinem Stammbaum, den ich erstellt habe, da steht es auch so detailliert drin. Auf jeden Fall wohnt dieser Sohn schon nicht mehr da, der ist jetzt schon ausgezogen. Das wäre nämlich der liebe Poet. Der ist vor kurzem junger Erwachsener geworden und wollte direkt ausziehen, um seinem neuesten Geschwisterchen ein schönes Zimmer schenken zu können, denn er hat sich in die Garage zurückgezogen, damit sie ein neues schönes Zimmer haben kann. Denn diese Familie hat leider nicht so viel Geld. Es war ein riesiges Haus, aber es waren die finanziellen Mittel nicht da, um ein neues Zimmer anzubauen oder so, zumal das Grundstück auch jetzt nicht so groß ist. Und deswegen hat Poet gesagt, er zieht vorzeitig aus mit seiner Freundin. Die ersten gemeinsamen Kinder sind tatsächlich Zwillinge geworden. Das wäre nämlich Kian, der auch sehr, sehr cute ist. Kannst du bitte deine Augen öffnen, damit wir mehr über dich sehen? Oh mein Gott, der ist gerade kokett geworden. Er kann seine Augen nicht öffnen. Hm, Mut auf jeden Fall. Und die süße Hailey, mit der ich wahrscheinlich die nächste Generation spielen möchte, weil ich sie unfassbar cool finde. Ich bin mir noch nicht sicher, weil das jüngste Glied dieser Familie, die süße Rose, ist auch unfassbar süß. Und ja, aber mittlerweile bin ich trotzdem immer noch eher bei Hailey. Ich gucke mal, wie es ist, wenn Rose ein Kind ist. Vielleicht spiele ich auch mal mit beiden weiter. Weil es ist ja letztendlich eine Legacy-Challenge, aber ich kann ja selbst entscheiden, wie und wo und was. Ich spiele nicht nach direkten Regeln. Ich habe zwar angefangen mit, oh, nur wenig Geld und so, aber ich verletze auch jedes Mal das Grundstück. Ich bleibe nicht immer auf demselben Grundstück, weil das finde ich doof. Ich würde gerne mal mit jedem Charakter in eine andere Stadt ziehen, je nachdem, was zu dem Charakter passt. Denn jeder hat ja einen sehr krassen Story-Strang. Zumindest möchte ich das so haben. Hier bei den beiden zum Beispiel habe ich noch gar nicht so richtig die Idee, was aus denen werden soll. Aber trotzdem würde ich gerne mit Hailey weiterspielen, weil ich sie cool finde und ich denke, man kann was Cooles aus ihr machen. Das ist so bisher, wie sie hier so ist. Also ihr Plan ist zum Beispiel ja einfach, dass sie einen Seelenverwandten findet. Hier ist sie der Meister. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool. Da kann man bestimmt auch was Interessantes machen, weil es sind ja sehr viele kreative Sachen, die da drin stehen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das halt sehr interessant ist zu spielen. Ich bin, mal gucken. Und am besten, ich zeige euch jetzt erst mal meinen Twitter-Account. Hier unten seht ihr meinen Ad. Ich heiße AdMuliSims. Da geht es nur um Sims. Wer hätte es gedacht? Und hier. 4. September habe ich die Challenge angefangen, letzten Jahres. Das heißt, ich spiele jetzt schon bald ein Jahr. Ich bin noch nicht weit, ich weiß. Aber ich spiele auch sehr langsam zum einen, weil ich mir ja sehr viele Gedanken mache, wie mache ich das mit der Story weiter, etc., etc. Und vor allem spiele ich ja auch gar nicht so oft. Also meistens spiele ich Sims ja nur zur Aufnahme. Und das spiele ich ja wirklich nur privat, wenn ich wirklich Bock drauf habe. Und ja, deswegen gibt es auch mal längere Pausen dazwischen. Aber das ist voll okay. Die erste Generation startete übrigens mit Jillian Pepper. Das heißt, der Familienname vom Anfang ist immer noch geblieben. Und ich möchte das auch erst mal beibehalten. Außer jemand hat einen richtig coolen Nachnamen. Und ich habe immer so, yo, das nehme ich. Mal sehen, mal sehen. Und das ist der süße Boy. Alle haben bisher unfassbar gute Gene abbekommen. Seht ihr, am Anfang lebte er auch sehr, 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 sehr minimalistisch. Einfach, weil da war leider halt Tiny Living noch nicht draußen. Aber es war halt alles auf einen Raum gequetscht, weil man halt einfach nicht so viel Geld hatte. Man hat so die günstigsten Sachen genommen. Das Klo auch nur. So das Nötigste drin. Es gab nicht mal ein Waschbecken. Und hier in diesem Thread teile ich halt mit, wie es so mit meiner Familie so weitergegangen ist. Was so gerade Spannendes ansteht. Wie man zum Beispiel hier sieht, dass er sich mit Nina Caliente hier in eine Beziehung gekommen und verlobt und sowas. Und Jillian war ein Wissenschaftler und wurde von Aliens entführt und hat auch ein Kind bekommen von den Aliens. War sehr, sehr wild. Aber die beiden haben das natürlich trotzdem schön gemeistert. Und die ganze Story könnt ihr hier auch definitiv nachlesen. Denn Thread ist mittlerweile ziemlich, ziemlich, ziemlich lang. Wie man hier auch sieht. Also die erste Generation allein ging schon verdammt lange. Und es ist sehr, sehr viel passiert währenddessen. Und ja, genau. Es ging halt, wie gesagt, sehr, sehr lange hier so. Und ja, es ist viel geschehen. Es gibt viele verschiedene Storystränge. Sehr viele verschiedene Charaktere, die teilnehmen an meinem privaten Playthrough hier. Und ich liebe es einfach. Ich liebe diese komplette Familie. Es gibt keinen Charakter, den ich hier nicht irgendwie mögen würde oder so. Das wäre auch doof, weil ich erstelle hier alle selber oder so. Und hier, wir sind jetzt schon sehr, sehr nah an dem jetzigen Punkt. Und das ist bisher mein letzter Post. Ich werde jetzt demnächst noch wahrscheinlich weiterspielen, wenn ich Zeit dazu finde. Worauf ich hinaus wollte, ist aber mein riesengroßer Stammbaum. Den finden wir hier. Plumtree App heißt die Seite. The Plumtree App.com Und hier kann man seinen eigenen Stammbaum noch mal schöner darstellen lassen. Und das sieht mittlerweile bei mir so aus. Wenn ich das rüberziehe, dann leckt das immer ein bisschen, weil es sind sehr viele Daten hier drin. Ich habe angefangen mit Katrina und Don Lofario, weil ich nicht wusste, dass man nicht von jedem immer den Partner etc. dazu packen kann. Aber ist ja auch egal. Deswegen beginnt es halt mit denen. Aber mit hier Ichi Schwester, also Dina Kaliente und so haben wir ja auch zu tun gehabt. Deswegen ist es nicht so, als wären die jetzt komplett unnötig. Der Hauptstrang liegt natürlich hier. Aber diese Leute sind alle nicht unwichtig. Also ich habe mit denen trotzdem zu tun. Deswegen möchte ich die trotzdem auch weiter in dem Stammbaum hier, dass das weitergeht und so. Aber die haben alle keine Hintergrundstory. Weil nicht so extrem, was zu denen zu sagen ist oder so. Hier bei Dina steht zum Beispiel schon gar nichts dazu. Aber wenn wir hier rüber gehen zu dem Hauptpunkt, zum Beispiel bei Jillian, dann steht hier ganz viel. Das ist alles auf Englisch. Also da sind sicherlich Fehler drin, aber das ist auch okay. Denke ich mal. Das ist ja auch erstmal nur für mich, um mich halt nochmal zu erinnern, was ging hier eigentlich ab? Wer ist hier gerade so? Und keine Ahnung. Und hier steht auch He started the Legacy Challenge. Dann habe ich mit Maxine und Jodie weitergespielt. Die beiden haben dann zwei Kinder bekommen, obwohl nur eins geplant war. Die Maxine hatte auch eine ganz krasse Story, die man sich hier einmal durchlesen kann. Wenn ihr das möchtet, Trigger Warning. Es geht um ihr Gewicht. Jedenfalls habe ich dann mit Sam weitergespielt, wie ihr ja wisst. Und hier sieht man auch den süßen Poet. Und wenn man hier drüber geht, sieht man auch, dass Sam ausgeklammert wird, weil er nicht der biologische Vater von Poet ist. Und die Tiere habe ich hier auch drin im Stammbaum, weil ich das wichtig finde. Also ich finde das... Also die gehören ja zur Familie und so. Einer meiner Lieblingscharaktere ist Angelique, weil sie unfassbar cool aussieht. Ich habe sie, glaube ich, auch auf Twitter gepostet. Also ich poste auch so hin und wieder halt irgendwas related zu Sims. Könnt ihr mir gerne folgen. Ihr könnt auch auf meinen normalen Account folgen. Der ist auch ziemlich cool. Hier. Das ist... Britney heißt sie, glaube ich. Moment, das gucken wir nach. Das ist nämlich auch unsere Cousine jetzt von denen hier. Genau, Britney. Oh mein Gott. Wie unfassbar gut kann ein Sim aussehen. Also diese Gene sind einfach in dieser kompletten Familie einfach nur gut. Es gibt keinen Sim, der hässlich aussieht. Auf jeden Fall sie ist so mein Favorite. Mein Lieblingscharakter von der Story her war bisher Maxine tatsächlich. Und mal gucken, was jetzt die Zukunft so bereithält. Ich meine, der Stammbaum wird noch sehr viel größer werden. Denn, ja, wir haben jetzt in dieser Familie schon wieder vier Kinder gehabt. In dieser Generation. Da ist auch noch eins in Anflug, wie man sieht. Deswegen ist da jetzt noch kein Icon, weil da... Wir wissen... Also die... Die wissen ja nur schwanger gesehen. Die Kaylee. Ja, und hier sind wir auch schon in der nächsten Generation angekommen mit der Familie. Und ja, es wird nicht mehr lange dauern. Dann wird es hier auch wieder weitergehen. Und ich bin unfassbar gespannt, wie es noch weitergeht. Was für coole Dinge noch passieren können. Was für interessante Geschichten noch entstehen. Und ja, vielleicht werde ich noch mal ein Current Household Video machen. Zu einer späteren Generation. Wie es so weitergeht. Wenn es euch interessiert natürlich nur. Ansonsten werdet ihr auf meinem Twitter-Account auf jeden Fall in diesem Thread immer weiterlesen können, was da so abgeht. Und ja, ich glaube, das war auch erstmal alles, was ich dazu sagen wollte. Ich hoffe, ich konnte euch meinen privaten Spielstand, wie ich privat so spiele, ein bisschen näher bringen. Ich werde jetzt, glaube ich, auch direkt einfach weiterspielen, weil ich gerade richtig Lust habe. Das heißt, das Bild, was ich euch in dem Thread gezeigt habe als letztes, das wird dann wahrscheinlich nicht mehr das letzte sein, wenn ihr das Video seht. Deswegen könnt ihr da ja auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen. Und wie gesagt, folgt mir dort auf meinem normalen Twitter, was auch immer. Es würde mich sehr, sehr freuen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und Tschüss!